Hallo! Also ich wollte noch ganz kurz sagen, das hier, das ist die Version mit englischen Untertiteln. Es gibt aber auch noch eine Version mit deutschen Untertiteln und eine internationale Version. Dafür müsst ihr aber ein anderes Video auswählen und die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und außerdem wollte ich noch ganz kurz mich bei diesen Leuten bedanken, ohne die wäre diese Folge nämlich nicht möglich. Und jetzt viel Spaß! Also wenn wir nicht zum Apple-Mega-Store gehen und auch nicht zu meinem Lieblings-Smith-Bee-Laden, warum zum Geier hast du mich denn da von meinem Lektor weggerissen? Bastian, ich will, dass du guckst, Flora. Flora angucken? Pflanzen? Sie will, dass ich mir eine neue Pflanze kaufe? Das ist ja nun wirklich kein Grund, jemanden wegzuzerren, wenn ihr gerade das spannendste Webinar über HTML5 guckt seit... Naja, dem letzten über HTML5. Elodie, ich will nicht Flora gucken. Ich will mein Webinar über HTML. Bastian, ich will nur, dass du bist glücklich, Sherry. Ach, naja. Ich will nur, dass du bist glücklich, Sherry. Ach, was kann schon groß anders sein an HTML5? Sherry, vielleicht ist eine neue Pflanze eine gute Idee, Sherry. Ein bisschen Photosynthese hat ja schließlich noch niemandem geschadet. Sherry. Photosynthese hat scheinbar doch schon jemandem geschadet. Okay, auf geht's. Nein, zu groß, zu klein. Ich will nur, dass du bist glücklich, Sherry. Stopp. Konzentrier dich. Also, nee. Zu grün. Zu glücklich, Sherry. Was? Konzentrier dich, Sherry. Wo war ich? Klein, grün, glücklich. Ich? Ah, du. Obwohl, du bist fast ein bisschen klein. Bastian! Ja, Sherry? Elodie? Was starrt es mich so an? Bastian, du musst etwas wissen. Ich hab dich hier gebracht damit. Hör auf, mich so anzustarren. Ich Flora sehen kann, ich weiß. Und mir gefällt, was ich sehe. Oh Gott. Aber ich hab noch ein paar wichtige Fragen, bevor ich mich entscheide. Frage, gerne. Nur um sicherzustellen, dass sie die richtige für mich ist. Ah, ich bin sicher, sie ist. Aber frag. Also, wegen der Größe. Ändert sich denn da noch was? Nee, die Größe bleibt so. Aber ist das denn so wichtig? Mir schon. Nächste Frage. Ich höre gerne klassische Musik in meinem Zimmer. Ist das denn okay? Das wäre wahrscheinlich okay, ja. Aha. Letzte Frage. Wie viel Aufmerksamkeit ist denn nötig? Also, ich meine, ich bin ja nicht immer zu Hause. Und ich hab auch immer nicht so Zeit und Lust, mich zu kümmern. Wäre das ein Problem? Naja, deine volle Aufmerksamkeit wäre schon nett. Ja, wenn es so ist, dann schaue ich mich lieber nochmal um. Meine letzte ist nämlich eingegangen, weil ich nicht genug Zeit hatte. Außerdem war ich manchmal fast grob zu ihr, wenn ich einen schlechten Tag hatte. Aber diesmal mache ich alles besser. Vielleicht hast du ja ein paar Tipps für mich. Elodie, kann ich dich kurz unter vier Augen sprechen jetzt? Alles okay? Deine Augen zucken so. So viel zum Thema. Ich schwöre nur, dass du bist glücklich, Schiri. Auf den Boden mit euch, ihr Süßen. Ich habe eine Waffe. Lauf weg, Bastian. Lauf. Warte. Nein. Sei ein Mann. Sei mutig. Sei nicht dumm. Nur muskulöse Menschen können mutig sein. Hey, du da. Spiel dir nicht den Helden. Bastian ans Sprachzentrum. Sprich. Ich habe eine neue Pflanze gefunden. Ich bin so aufgeregt. Mal sehen. Heute ist Mittwoch. Ab jetzt wird Mittwoch ein Tag sein, den ich alleine in der Sicherheit meines Zimmers verbringe und Webinars gucke. Naja, wenigstens habe ich eine neue Pflanze. Was genau ist das eigentlich? Ist das... Ist das Basilikum? Kein Basilikum? Was ist das? Oh nein. Geht's dir gut? Flörtest du mit mir? Oh nein. Bastian. Du verdammelst, Luther. Wie hast du mich hinein? Du hast mich schon verstanden. Bastian. Eifersüchtig? Keine Sorge, es ist genug Bastian für alle da. Ah, du sexy französischer Frosch. Oh, der sexy Frosch wird sich gleich erlösen. Ich mag's hart. Oh la la. Ah, ich glaube, ich glaube, wir müssen los. Willst du mich dir nicht mehr glücklich machen? Sheriff. Bastian. Bastian. Ich glaube, wir gehen nach Außenstimmig und Bäh. Und viele Grüße von Elodie und Sophia. Und wenn ihr unseren Channel abonnieren wollt, müsst ihr rechts oben auf unser Logo klicken. Und up there, you'll see the bonus video of the week, which I have absolutely no idea what it is. Das ist eine Überraschung. Exactly. Hier unten rechts findet ihr all die Leute, die mitgeholfen haben, diese Episode zu verablichen. So, um, thanks again for watching and see you next week for another episode of Points of View. Ciao. Tschüss. Bye. Пока. Au revoir.